Hallo, ich bin Petra Maria Aldinger Seyfried, Gründerin der Friedensquelle in Frankfurt und begrüße Sie auf das Herzlichste. In meiner Friedensquelle biete ich Seminare für Sprachcoachings, Meditationen, Lifecoachings und spirituelle Wegbegleitung an. Ich beginne mit einer Einführung in die anschließende Herzensmeditation. Oft sind Menschen aus alten Verletzungen, familiären und gesellschaftlichen Prägungen, Schicksalsschlägen und Ängsten in ihrem Herzen verschlossen. Angst ist das Getrenntsein von Liebe und Liebe heilt alles. Ein weit geöffnetes Herz lässt uns wieder zuversichtlich und freudig unser Leben und eine neue Welt erschaffen. Das ist gerade in herausfordernden Zeiten für viele Menschen wichtig. Ich teile gerne mit Ihnen meine Herzensmeditation, die Sie immer wieder praktizieren können. Möge diese Meditation Ihr Herz berühren und ihre Wirkung kraftvoll für Sie entfalten. Finde jetzt einen ruhigen und gemütlichen Platz in einem Raum oder in der Natur. Mach es dir richtig bequem. Setze oder lege dich ganz entspannt hin und atme zwei bis drei Mal tief ein und aus. Komme bewusst im Hier und Jetzt an. Genieße, wie du es dir gemütlich gemacht hast und fühle dich geborgen. Schließe jetzt deine Augen und atme sanft in deinem Rhythmus weiter. Beobachte dabei deinen Atem ganz bewusst. Das Einatmen durch die Nase und das Ausatmen durch den leicht geöffneten Mund. Beobachte so lange deinen Atem, bis du spürst, dass du ruhiger und ruhiger und ruhiger wirst. Nun zentriere deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Vielleicht magst du deine Hände sanft auf dein Herz legen und spürst du noch bewusster deinen Herzschlag. Stell dir dein Herz vor, wie es in weiß-goldenem Licht und in Liebe erstrahlt. Mit jedem Herzschlag strahlt es Licht und Liebe aus. Dein ganzer Körper erstrahlt jetzt und wird von diesem Licht und der Liebe durchflutet. Dieses Licht ist gleichzeitig eine wunderbare Heilenergie. Sie durchströmt deinen ganzen Körper und erleuchtet jede Zelle in dir. Genieße es, lass das Licht wirken, diese heilende, wohltuende Energie, wie sie sich von deinem Herzen in deinem ganzen Körper ausbreitet. Nun erspüre bewusst deine Liebesenergie in deinem Herzen. Stelle sie dir wie sanfte Wellen vor, die immer mehr und mehr von deinem Herzen aus durch deinen Körper pulsieren. Spüre ihre Sanftheit und nimm auch die wundervolle Kraft ihrer Liebesenergie wahr, die dich nun mehr und mehr erfüllt. Spüre in dich hinein und genieße dieses wunderbare Gefühl. Spüre nun einfach tief in dir die Dankbarkeit für dein Sein, die Dankbarkeit für diesen Moment. Und nun gehe noch einmal mit deiner Aufmerksamkeit, mit deinem Bewusstsein zu deinem Herzen, auf dem vielleicht noch deine Hände liegen. Stell dir vor, du entdeckst jetzt in deinem so lichterfüllten Herzen eine wunderschöne, reich verzehrte Tür. Die Tür öffnet sich. Du betrittst nun deinen wunderbaren Herzensraum. Dieser ist von einem Meer von Kerzen erleuchtet. Dieses Kerzenmeer symbolisiert dein Licht, dein Strahlen. Und überall siehst du goldene Schalen, gefüllt mit herrlichen rosa Rosen. Sie symbolisieren deine Liebesenergie. Nun finde in deinem wundervollen harmonischen Herzensraum einen gemütlichen Platz. Gestalte dir diesen Platz so, wie du dich richtig wohlfühlst. Du wirst in diesem Raum alles finden, was du dafür brauchst. Es wird dir jetzt alles gezeigt. Du darfst dir das nehmen, was du dir wünschst, um dir diesen Platz gemütlich zu gestalten. Setze dich nun auf deinen Platz. Schau dich um und entdecke, dass die Wände dieses Raumes wie aus einem leichten Schleier sind. Zart und durchlässig. Und nun lass aus deinem Herzen diese Licht und die Liebesenergie fließen. Und sieh, wie dadurch dieser Raum heller und heller wird. Er wird vollkommen mit dieser heilenden Energie durchflutet. Beobachte, wie diese Heilenergie durch die Wände nach außen fließt. Und das Strahlen aus deinem Herzen und aus diesem ganz besonderen Raum erreicht nun alle Menschen, alle Tiere, die Mutter Erde und alles, was jetzt heilen darf. Genieße nun dieses wunderbare Gefühl, deine positiven Bilder und Gedanken. Verweile noch einige Momente und mache dir bewusst, was deine Herzensenergie, dein Licht und deine Liebe für eine großartige Kraft hat. Und dann bedanke dich für diese wunderbare Gabe, welche dir inne wohnt und du großzügig teilst. Dann blicke dich noch einmal in diesem herrlichen, lichterfüllten Raum um. Nun kannst du ihn voll Vertrauen langsam wieder verlassen mit dem Bewusstsein, dass du jederzeit wieder hierher zurückkehren kannst. Nun steh auf, geh zur Tür, öffne sie und geh hindurch. Du weißt nun, dass all das jetzt erlebte in dir verankert ist und du jederzeit wieder in deinen Herzensraum zurückkehren kannst. Komme nun ganz langsam in deinem eigenen Tempo wieder ganz im Hier und Jetzt an. Bewege nun sanft deine Hände, deine Arme und deine Füße. Drehe den Kopf langsam nach rechts und nach links und öffne dann wieder deine wunderbaren Augen. Möge diese Herzensenergie dich immerfort begleiten. Möge die Hände, deine Füße. Möge die Hände, deine Füße. Möge die Hände, deine Füße. Untertitelung des ZDF, 2020